Stellt euch mal vor, ihr geht nichts ahnend auf eine Porno-Webseite und findet Fotos von euch. Das sind Fotos, wo ihr teilweise angezogen seid, im Urlaub, ganz normale Bilder. Und es sind auch Fotos, wo ihr teilweise nackt seid, wo ein bisschen Haut zu sehen ist. Das ist ungefähr 50 Frauen in Leipzig passiert. Ich begrüße euch zu unserer ersten Folge LVZ Unsere Story. Ich bin Nicole Gjiva von der Leipziger Volkszeitung und in unserem Podcast geht es quasi um die Geschichte hinter der Geschichte. Ich gehe nämlich mit euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und mit meinen Kolleginnen und Kollegen auf Entdeckungsreise in die Recherchen. Denn es kommen ja jeden Tag ganz viele Artikel, Reportagen, Berichte raus und dazu gibt es eigentlich noch mehr zu erzählen. Und wir wollen euch auf diese Reise mitnehmen. Die Folgen könnt ihr über die LVZ-App, auf lvz.de und überall dort, wo es Podcasts gibt, hören. Ermittlungen gegen Leipziger DJ. Er war unser Freund. Eine Leipzigerin entdeckt auf einer Porno-Website Fotos von sich und dutzenden Freundinnen. Schnell ist den Frauen klar, wer dahinter steckt. Jetzt sprachen sie erstmals über den Fall. Das schrieb mein Kollege Josamanja Schlegel. Der ist bei mir heute zu Gast und erzählt uns von seinen Recherchen. Hi, Josa. Schön, dass du da bist. Hallo Nicole, danke für die Einladung, die eine besondere Einladung ist, weil es der erste Podcast dieser Serie ist. Ich freue mich sehr. Das ist richtig. Ich freue mich auch total, dass du hier bist. Ich würde sagen, wir starten direkt mal. Wir fangen mal ganz von vorne an. Ja. Nimm uns mal mit. Ja. Was ist passiert? Also, ich glaube, um den Fall zu verstehen, den du ja gerade schon angerissen hast, fängt man am besten mit einer Frau an, die in Leipzig lebt und die im November 2020 von einem Freund kontaktiert wird, der ihr sagt, du, ich habe da was im Internet entdeckt. Das solltest du sehen. Hast du mal einen kurzen Moment Ruhe. Dann nimmt er sie beiseite und er schickt ihnen einen Link auf eine Pornoseite, die heißt XHamster. Das ist die meistbesuchte Porno-Webseite in Deutschland und auf dieser Porno-Webseite sind nun Fotos von der Frau zu sehen und es sind viele Fotos. Es ist ein ganzer Ordner und es sind noch andere Ordner und da sind über tausend Fotos von Frauen, manche angezogen, manche nackt, manche sehr private Fotos, manche ganz normale Facebook-Fotos. Und ja, es sind Fotos von ihr dabei und es sind auch Fotos von Frauen, die sie kennt oder mit denen sie sogar befreundet ist. Okay, und wie war Ihre erste Reaktion da drauf? Ich habe diese Frau, die die erste Frau ist, die von dem Fall erfahren hat, nicht selber gesprochen, aber ich weiß von den anderen Frauen, dass sie ziemlich schockiert waren. Natürlich, also das ist ja eine Art von Entblößung, ja, also unfreiwillig wurden diese Fotos hier ins Netz geladen. Naja, und was diese Frau dann eben macht, ist, sie kontaktiert die anderen Frauen, die da zu sehen sind. Allerdings ist das gar nicht so einfach, weil sie ja noch nicht weiß, wer die Fotos hochgeladen hat. Also es könnte ja auch sein, dass eine der Frauen die Fotos hochgeladen hat oder ein Boyfriend einer der Frauen oder so. Deshalb fängt sie nun an und klickt sich durch Facebook-Profile und versucht, die Frauen, die da zu sehen sind, zu identifizieren. Irgendwann hat sie so eine Liste mit den Namen zusammen und dann nimmt sie nun ihre engsten Kontakte wirklich, denen sie vertraut und die kontaktiert sie und sagt ihnen hier, da sind doch Fotos von uns. So verbreitet sich das dann auch wie so eine Art Kette, kontaktieren die wieder ihre engsten Freundinnen und so weiter und irgendwann hat diese Gruppe an Frauen, deren Bilder da unfreiwillig hochgeladen wurden auf X-Hamster, hat sich da eine Gruppe geformt, eine Gruppe von Frauen. Ich muss nochmal kurz nachfragen, wenn du sagst, du hast es mit dieser ersten Frau, wo quasi alles begann, diese ganze Geschichte, gar nicht gesprochen. Wie wurdest du dann aufmerksam eigentlich auf sie? Oder wie hast du ihre Geschichte gehört dann? Ja, also der 9. November 2020, dieser Tag X, an dem zum ersten Mal eine der Frauen auf die Fotos aufmerksam wird, ist er ein Jahr her gewesen, vor einigen Wochen, Monaten erst. Und an diesem Jahrestag haben die Frauen selber den ganzen Fall öffentlich gemacht, nämlich weil sie finden, dass nicht richtig ermittelt wird, was auch stimmt in meinen Augen. Okay, jetzt gibt es ganz, ganz viele Fragen, die ich gerade stellen möchte und ich wette, die Hörerinnen und Hörer haben bestimmt die gleichen Fragen wie ich. Machen wir aber am besten nochmal chronologisch weiter. Wir waren gerade stehen geblieben dabei, dass du gesagt hast, dass jetzt alle im Bilde sind. Alle Frauen, alle betroffenen Frauen sind im Bilde darüber, dass Fotos auf dieser Webseite von ihnen sind. Wie ging es dann weiter? Naja, die Frauen kennen sich ja schon vorher irgendwie. Es sind Frauen, genauer gesagt, aus einer Leipziger Musikszene, nämlich der Drum'n'Bass Szene. Das ist so schnelle elektronische Musik, die kommt eigentlich aus London. Die ist nicht mehr ganz so in oder cool, würde ich jetzt sagen. Jetzt hören ja alle Techno. Aber Drum'n'Bass ist so dieses ein bisschen melodische, glückliche, ja, nicht so distanziert coole, vielleicht auch ein bisschen unpolitische. Das ist alles nicht so wichtig. Und aus dieser Szene kommen diese Frauen. Und den Frauen ist natürlich auch ziemlich schnell klar, wer die Fotos da hochgeladen hat, weil sie alle einen gemeinsamen Kontakt haben. Und auf einem der Fotos ist auch die Hand des Täters zu sehen. Auf einem anderen Foto ist der Täter sogar am Hintergrund selber zu erkennen, für Leute, die ihn kennen. Und ja, und noch dazu kommt, einige Fotos kann nur dieser Mann hochgeladen haben, denn es handelt sich um Urlaubsfotos, private Fotos. Die Frauen eint nämlich noch etwas. Sie hatten, viele von ihnen hatten Beziehungen zu dem Täter oder einige von ihnen hatten Beziehungen zu dem Täter. Oder mit manchen hat er mal auf Partys irgendwie gequatscht oder geflirtet. Manche kannte er sehr gut, andere weniger. Aber mit einigen war er eben auch im Bett, im Urlaub oder nackt am See in sehr verletzlichen Situationen. Und ja, jeder, der schon mal in einer Liebesbeziehung war oder ist, weiß, dass man dann Fotos voneinander macht und die dann auf dem Handy hat. Und die auch noch auf dem Handy hat, wenn man sich dann vielleicht eines Tages trennt. Und so war das. Diese Fotos hat der Täter da alle hochgeladen. Wenn die Frauen doch wussten, wer dieser Täter eben ist, weil man ihn ja erkennt, warum haben die Ermittlungen dann so lange gedauert? Die Frauen haben sich dann ja vernetzt und denen war eines ziemlich schnell klar oder sie waren sich in einer Sache ziemlich schnell einig, nämlich, dass sie wollen, dass dieser Mann verhaftet wird. Er wird auch verhaftet. Er wird einen Monat später bei ihm zu Hause die Tür eingetreten, er wird auf den Boden gedrückt, seine gesamten Festplatten werden mitgenommen. Dazu kommen wir vielleicht noch später. Ich glaube, bevor wir zu der Verhaftung kommen, muss man einmal verstehen, warum er die Fotos da hochgeladen hat. Ich habe ja schon gesagt, das waren nicht nur Nacktfotos und sowas, also was man auf einer Porno-Webseite vielleicht erwarten würde, sondern da waren auch irgendwie Facebook-Profilfotos oder öffentlich zugängliche Fotos zu sehen. X-Hamster, diese Pornoplattform, die ist auch eine Foto- und Kontaktebörse, sage ich mal. Also das funktioniert so, dass vor allem Männer da Nacktfotos von Ex-Freundinnen hochladen. Dafür gibt es auch ein Wort, Revenge-Porn, also sowas wie Rache-Porno. Das ist ein bisschen schwieriger Begriff, finde ich, kann man auch noch drüber reden. Jedenfalls laden sie da diese Fotos hoch, über die sie noch verfügen, vielleicht auch aus alten Beziehungen, vielleicht haben sie die Fotos heimlich gemacht. Es gibt Fälle, wo Täter heimlich Kameras im Badezimmer aufstellen, um ihre Freundinnen dann oder Bekannten oder Fremde, die da aufs Klo gehen, heimlich zu fotografieren und das dann hochladen. Also ganz, ganz übel. Und das funktioniert eben so, dass du da was hochlädst, um auch wieder an andere Inhalte zu kommen. Und besonders begehrt sind natürlich Fotos von Frauen, die es noch nicht so gibt. Also nicht von Pornodarstellerinnen, sondern eben von Privatpersonen, die vielleicht auch gar nicht wissen, dass sie gefilmt werden in der Situation. Das ist sozusagen das Material, was auf Ex-Hamster einen hohen Wert hat. Um an einen Ordner von einem anderen Nutzer zu kommen, muss man selber einen bereitstellen. Das ist dann wie so ein Tausch. Manche, die sich schon länger mit dieser Szene beschäftigen, ich habe auch mit einer Expertin gesprochen, die sagen, dass da eben ganz gezielt und auch völlig bewusst Kriminalität hervorgerufen wird. Weil natürlich ein Täter, der an neue Fotos kommen will, genau vielleicht wie ein Drogenjunkie, anfängt sich zu fragen, Mensch, wo kriege ich denn jetzt neue Fotos her? Und der dann vielleicht nochmal in alten Archiven greift und Fotos veröffentlicht von Frauen ohne deren Einverständnis. Und genau das ist passiert. Genau das hat dieser Mann gemacht. Er hat sich in diesen Foren bewegt. Man kann vielleicht auch mal sagen, wer das ist. Das ist ein Leipziger DJ, auch aus der Drum-Bass-Szene, der sich eben auf Ex-Hamster bewegt und dort Fotos hochlädt. Und zum Teil auch Klarnamen, Privatadressen. Zum Teil denkt er sich zu den Fotos schmutzige Fantasien aus, würde man vielleicht sagen. Also bei einer Frau, die Lehrerin ist, schreibt er dazu, schau mal, was die Versautes in ihrem Lehrerzimmer mit ihren Schülern treibt oder sowas. Bei einer anderen liegt er sogar den Arbeitsplatz, schreibt dazu, die könnte man ja mal besuchen. Andere Nutzer schreiben auch sowas. Ergehen sich da in sexualisierten Fantasien. Schrecklichstes Zeug, super obszön, auch irgendwie eine ganz schlimme Mischung von Humor und Gewaltfantasien und Sexualität, Porno im Allgemeinen. Also ganz schwer zu verstehen auch irgendwie. Und zu greifen, finde ich. Also ganz krass, also was in den Köpfen von diesen Menschen dann auch vorgeht. Es ist ja wirklich auch wie so ein Eingriff dann in die Privatsphäre der Frauen. Und das konnten die auch dann alle lesen quasi. Die haben dann ihre Fotos gesehen plus die Texte, die da noch drunter standen. Genau, also die Fotos des Täters konnte man einfach so sehen. Da musste man jetzt nicht eintauschen. Obwohl es auch schon Fälle gab, und das haben die Frauen auch überlegt, ob sie jetzt wiederum selber Fotos inszenieren, sich einen Account machen, um weiterzutauschen, um vielleicht wieder an weitere Fotos zu kommen. Aber das haben sie dann nicht gemacht. Aber sie haben trotzdem vereinbart, dass sie wollen, dass der Täter bestraft wird. Und das bedeutete zunächst, ihn nicht zu kontaktieren. Und erstmal nur Anzeigen zu machen bei der Polizei. Und genau das machen die Frauen dann. Also sie gehen, sie leben nicht mehr alle in Leipzig. Sie sind irgendwie so aus dem Leipziger Umfeld. Manche hat er auch auf Festivals kennengelernt. Aber viele sind aus Leipzig. Einige sind aber auch aus Erfurt, Rostock, München, weiß ich noch. Und sie gehen alle zur Polizei und stellen eine Anzeige. Und die Polizei sagt erstmal, bitte nicht so viele Anzeigen auf einmal. Eine reicht. Also quasi wie so eine Sammelanzeige. Genau, eine Sammelanzeige. Und die Anwältin, die später zur Seite stand, den Frauen, die hat gesagt, das ist großer Quatsch. Jede Frau hätte ihre eigene Anzeige machen sollen. Naja, jetzt haben sie nur ein paar Anzeigen gemacht und die Polizei reagiert erstmal nicht. Also normalerweise würde man ja vielleicht denken, man geht zur Polizei und sagt, da ist ein Nacktfoto von mir im Internet. Und ein paar Stunden später ist das vielleicht weg. Das passiert aber nicht. Weißt du, warum nicht? Das ist nicht so ganz klar. Es gibt aber eine starke Vermutung dieser Frauen. Nämlich gibt es zu dem Zeitpunkt, als die Tat passiert, noch keinen richtigen Paragrafen, noch kein richtiges Gesetz, was sich gegen diese Art von Taten wendet. Es ist natürlich verboten, private Inhalte weiter zu verbreiten, aber das fällt dann eher so unter Beleidigung oder sowas. Mittlerweile hat der Gesetzgeber sich den Stalking-Paragrafen genommen und den erweitert, um einen Absatz, der eben genau solche Fälle von diesem Rache-Porno bestraft. Das ist aber damals noch nicht. Und deshalb wird die Polizei auch nicht tätig. Wie geht es den Frauen dann in dieser Zeit, wo die Polizei nicht tätig wird? Also denen geht es nicht gut damit. Die beiden Frauen, die ich kennengelernt habe und die mir von dem Fall erzählt haben, die denken jetzt jeden Tag da dran. Die haben da auch diese WhatsApp-Gruppe eröffnet, wo sie sich mit den anderen Frauen austauschen. Und da klingelt es die ganze Zeit, da wird immer irgendwas gechattet. Und es vergeht auf keinen Fall ein Tag, an dem sie nicht daran denken. Es vergeht aber auch nicht so richtig eine Stunde, die sie nicht daran denken. Und das so einen knappen Monat lang. Und diesen Monat, den verfolgen sie auch, was mit ihren Fotos da passiert. Also die Fotos sind ja weiterhin online. Das müssen sie erstmal ertragen und so hinnehmen. Eine Frau meldet sich bei X-Hamster und sagt, können Sie bitte mein Foto löschen? Das macht X-Hamster dann auch. Und da kriegen die anderen dann schon Angst, dass er jetzt auffliegt, weil er merkt, er wurde entdeckt. Das passiert aber nicht, sondern die verschwinden. Und manchmal verschwinden auch andere Fotos, wo er vielleicht denkt, die passen jetzt nicht mehr so gut in die Sammlung. Manchmal eröffnet er neue Ordner. Also die Frauen verfolgen wirklich, was da auf dem Profil des Täters passiert. Sie gucken da alle paar Stunden rein, jeden Tag. Manchmal, wenn der Täter mehrere Fotos von einer Frau hat, eröffnet er einen eigenen Ordner mit ihrem Namen. Dann gibt es noch so einen Ordner mit ganz vielen Gemischten. Das sind ja mehr als tausend Fotos und die sind bestens organisiert. Das ist wie so eine Sammlung, begreift er das. Und da kommen manchmal neue dazu, da kommen manchmal alte weg. Und eines Tages kommen noch andere Fotos hinzu, die nicht von Frauen sind oder von Ex-Freundinnen von ihm, sondern von Kindern, also von jungen Mädchen. Und man sieht auch auf den Fotos, die sind auf so eine Art Rummel geschossen, dass der Täter die so wie aus der Hüfte heimlich schießt. Also auch verdeckt kleine Mädchen quasi unter den Rock fotografiert auf einem Rummel. Vielleicht auf der Leipziger Kleinmesse war meine Vermutung. Jeden Tag sind die Reporterinnen und Reporter der Leipziger Volkszeitung in Leipzig und in Sachsen unterwegs. Sie recherchieren Reportagen, schreiben Berichte, führen Interviews, analysieren, was hier in der Stadt und hier im Land passiert. Das alles könnt ihr täglich lesen. Und zwar auf lvz.de, unserem Internetportal und das für nur 2,49 Euro in der Woche. Als eine der Frauen das sieht, ruft sie nochmal bei der Polizei an. Und jetzt ist sie richtig wütend und sagt, es ist nichts passiert, meine Fotos sind immer noch online. Und jetzt sind noch Fotos von Kindern auf der Webseite. Und das ist offenbar für die Leipziger Polizei der Moment, wo sie einschreiten, weil keine Stunde später stehen sie bei ihm in der Wohnung, so wie ich es vorhin erzählt habe, nehmen Datenträger mit, er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Er geht danach auch nach allem, was wir wissen, zu einer Freundin und heult sich aus und denkt offenbar, dass es um Drogen ging, also dass die Polizei irgendwie Drogen bei ihm gesucht hat. Aber später scheint ihm dann doch klar zu werden, worum es wirklich ging. Weil die Frauen natürlich, die über Eck erfahren haben, dass es die Hausdurchsuchung gab, sein Profil checken und jetzt plötzlich sehen, wie ein Ordner nach dem anderen verschwindet. Aber so ganz langsam, also so als würde er sich fast von den Fotos verabschieden. Und daran sehen sie auch, dass das nicht die Polizei ist, die hätte wahrscheinlich in einem Rutsch alles gelöscht, sondern es ist der Täter, der jetzt offenbar vor dem Laptop eines Bekannten sitzt, der hat ja jetzt keinen Laptop mehr und die ganzen Fotos löscht. Wie erschütternd das sein muss für die Frauen. Haben Sie dazu was gesagt, dass es eben quasi, dass er plötzlich Wind davon bekommt, okay, könnte auch das eben sein, warum die Polizei bei mir in der Wohnung stand und dann vernichtet er ja quasi Beweismaterial. Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Zu dem Zeitpunkt haben die Frauen aber schon eine Anwältin kontaktiert, die sich mit solchen Fällen auskennt. Es gab mal einen ähnlichen Fall auf einem Festival, Musikfestival Monis Rache heißt das, das kennen vielleicht viele von der Doku, darüber gemacht wurde. Da hat ein Täter, der dort gearbeitet hat, kleine Kameras in Dixi-Toiletten versteckt. Und die haben dann gefilmt, also wirklich nur sozusagen den entblößten Körperteil, ja, den man dann eben sieht, wenn man von unten im Klo filmt und die dann auch auf X-Amster gestellt. Dieselbe Plattform übrigens. Und die Anwältin, die damals da sich mit dem Fall beschäftigt hat, die haben jetzt auch die Frauen aus Leipzig. Und die rät ihnen schon ganz zum Anfang, dass sie rechtssichere Screenshots machen sollen. Das bedeutet also nicht nur hier so ein Screenshot, wie wir ihn jetzt machen würden, auf dem iPhone mal schnell, sondern eben welche, die vor Gericht Bestand haben, die, wo man Datum, Uhrzeit und so weiter, wo alles drin steckt, die sozusagen sicherstellen, dass die Tat dokumentiert wird. Und die Screenshots haben sie da schon. Okay, also sind sie dann auf der sicheren Seite quasi, obwohl er seine Ordner löscht, seinen Fundus aus Fotos von Frauen. Und wie geht's dann weiter? Dann passiert erstmal wieder nichts. Also der Täter wird einmal kurz zu Hause besucht, aber er ist auf freiem Fuß. Die Fotos sind weg, aber es gibt keine Ermittlungen gegen ihn. Und die gibt es auch monatelang nicht. Und die Frauen haben ja sich vorher auf eine Sache verständigt, wir erinnern uns, sie wollen, dass der Täter bestraft wird. Also bleiben sie auch weiter vernetzt. Sie treffen sich zu Zoom-Konferenzen, sie chatten darüber, sie kümmern sich auch langsam um eine Webseite, weil sie sagen, wenn ein Jahr lang nach der Tat immer noch nichts passiert ist, dann machen wir den Fall öffentlich. Und zwar auf einer Webseite mit unseren Stimmen, mit der ganzen Geschichte. Und genau das machen sie dann auch. Und das ist im November letzten Jahres gewesen. Da geht diese Webseite online. Und da geht wie so ein Ruck auch durch die Leipziger elektronische Musikszene. Also da positionieren sich jetzt plötzlich auch alle. Also die Drum-and-Bass-Szene. Genau, die Drum-and-Bass-Szene, die ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich nicht so eine politische Szene ist. Also die jetzt nicht dauernd auf jede Veranstaltung draufschreibt, ist hier super woke, super feministisch, sondern da kann man schon so sagen, glaube ich, geht es eher um Fun. Um Spaß ging es damals. Dieser Fall verändert diese Szene jetzt total. Also viele, mit denen ich gesprochen habe, auch aus dem Umfeld des Täters, sagen, und auch die Frauen sagen das, seit dem Fall gucken Leute auf Drum-and-Bass-Partys, geht es allen gut. Gucken Männer, geht es allen Frauen gut. Trauen sich Frauen anzusprechen, wenn sie mal belästigt werden, wenn sie vielleicht irgendwie doof angefasst werden, doof angesprochen werden. Und vorher sagen Frauen in der Leipziger Drum-and-Bass-Szene eben, bei dem Gig ziehe ich mir lieber im Pullover mehr drüber, damit ich nicht hier irgendwie aufreizend aussehe. Und genau, und so verändert dieser Fall diese Szene. Und das ist auch so ein ganz glücklich machender Moment für die Frauen, weil das ja auch ein Riesenkampf war und eine riesen emotionale Belastung, die ganze Zeit sich damit auseinanderzusetzen, dass da ihre Fotos sichtbar waren und jetzt auch noch an die Öffentlichkeit zu gehen, dass da jetzt auch was Gutes bei rausgekommen ist. Allerdings, der Täter ist immer noch auf freiem Fuß. Es wird immer noch nicht gegen ihn ermittelt quasi? Doch, es wird jetzt mittlerweile gegen ihn ermittelt. Das ist dann passiert, so hat mir das auch das Amtsgericht gesagt, dass jetzt eben, nachdem das nochmal öffentlich gemacht wurde, es eben nochmal gegen den Täter ermittelt wird. Sie haben jetzt quasi ein Jahr lang immer wieder die Webseite verfolgt, immer wieder die Polizei angerufen und dann haben Sie es veröffentlicht auf einer eigenen Webseite. Genau. Und auf die bist du dann gestoßen. Ja, genau. Ich kannte auch eine der Frauen. Also es sind ja mehr als 50 Frauen. Leipzig ist nicht so eine große Stadt. Viele Menschen in Leipzig kennen eine der Betroffenen. Deshalb hat der Fall, glaube ich, auch so Aufsehen erregt. Was noch besonders ist, glaube ich, an der Webseite und an dem Umgang mit dem ganzen Fall, die Frauen geben keinen Hinweis darauf, wer der Täter ist. Also er ist ein DJ aus der Leipziger Drum-Bass-Szene, so viel kann man sagen. Man kann auch sagen, dass er seine besten Zeiten, seine besten Tage eher schon hinter sich hat. Also er hat mal wirklich gut aufgelegt. Soweit ich weiß, im Elipamanoke, ja, in solchen Clubs. Aber in den letzten Jahren ging es eher bergab. Ein Freund von ihm hat mir gesagt, Drogen waren ein Problem. Er hat sich wohl immer mehr isoliert. Er hatte wenig Freunde, irgendwann nur noch. Und es ist irgendwie so, hat sich isoliert. Auch die Frauen, die Betroffenen, die hatten alle schon lange keinen Kontakt mehr zu ihm. Manche haben sogar die Freundschaft zu ihm abgebrochen. Trotzdem schützen sie ihn jetzt. Sie schreiben nirgendwo hin, wer er ist. Sie achten auch sehr stark darauf, bei ihren Erzählungen auf der Webseite, wo sie den Fall nochmal schildern, dass sie keinen leisen Hinweis geben, wer er ist, was ja schnell passieren kann. Also wenn man nur mal die Haarfarbe und irgendwie ein Open-Air nennt, wo er gespielt hat, kommt irgendein Szene-Kenner da schon drauf. Und auch als Freunde sie dann fragen, ey, sag mal, wo sollen wir denn vorbeifahren? Wen sollen wir denn hier mal zusammenschlagen? Da sagen sie, nee, also auf keinen Fall wollen wir, dass dem jetzt was zustößt auf so unlauterem Wege. Wir wollen, dass der verurteilt wird und dass alle sehen, dass das strafbar ist. Dass das kein Kavaliersdelikt ist. Das ist aber noch nicht passiert. In unserem Vorgespräch meintest du ja auch, dass sie sogar so weit gehen, dass sie zu seiner Familie gehen, oder? Stimmt. Sie schützen ihn ja nicht nur, indem sie nicht seinen Namen nennen, sondern die Frauen fragen sich auch, was wird jetzt eigentlich aus dem? Weil manche in der Szene wissen ja vielleicht schon, um wen es geht. Und andererseits, was ja eher ganz genau, um wen es geht. Und die Frauen gehen einerseits sehr aggressiv gegen ihn vor und gehen zu Clubs und Crews und Locations und sagen denen den Namen des Täters, um sicherzugehen, dass der nie wieder irgendwo auftritt. Das wollen sie. Und um andere Frauen wahrscheinlich auch zu schützen, ne? Richtig, ja. Also, dass er keinen Fuß mehr in die Szene kriegt. Aber andererseits gehen sie auch zu seiner Familie, zumindest zu dem Teil, den sie kennen. Eine der Frauen kennt seine Familie sehr gut und die wendet sich dann eben da an die und klärt die auch auf, weil sie natürlich auch nicht wollen, dass der jetzt total in ein Loch fällt, dass er vielleicht noch irgendjemanden hat, der nach ihm guckt. Ja, also, auch so besorgt sind sie um den Täter und auch so viel Energie stecken sie in diesem ganzen Fall, dass sie sogar noch darum sich einen Kopf machen. Und das fand ich sehr beeindruckend. Das finde ich auch sehr beeindruckend. Weil eigentlich würde man ja denken, da ist jetzt nur Wut und Hass und dem soll nur das Schlimmste widerfahren. Aber tatsächlich haben diese Frauen das extrem rücksichtsvoll angegangen, extrem vernünftig, extrem ruhig. Geduldig, obwohl ja Schlimmstes passiert ist. Ja, und obwohl ihre Fotos einfach, also ich denke die ganze Zeit daran, wie schlimm es sein muss, wenn einfach mal Fotos von einem selber eben auf so einer Porno-Webseite sind. Und natürlich geht das Kopfkino los, dass da ganz viele draufschauen können und sonst was machen, sonst welche Fantasien bekommen. Das ist so wie so ein Angriff, den man nicht ganz begreifen kann. Voll. Ja, das ist, glaube ich, auch mir erst klar geworden. Ich dachte auch am Anfang, als ich dann gehört habe, viele der Fotos sind nur Facebook-Fotos. Hm, so schlimm? Total schlimm. Also, wenn Fotos von dir hochgeladen werden, auch wenn die öffentlich zugänglich sind über dein Facebook-Profil und du da gar nicht irgendwie in einer intimen oder privaten Pose zu sehen bist, sobald da Leute anfangen, drunter zu kommentieren, was sie gern mit dir machen wollen, dass sie dich doch gern mal besuchen wollen, dass vielleicht, naja, das ist dann noch ein neues Level, deine Adresse drunter schreiben, weil sie die kennen. Das ist eine Riesenbedrohung, das ist ein Riesenschreck und ich weiß auch, dass manche Frauen da noch mit zu tun haben und das nicht so ganz einfach verarbeiten konnten. Trotz der ganzen Beschäftigung und dem sich Zusammentun hat das auch Spuren hinterlassen. Das sollte man, glaube ich, nicht vergessen. Völlig verständlich auch, auf jeden Fall. Und sind sie denn jetzt immer noch vernetzt und arbeiten immer noch gemeinsam daran, dass eben der Täter verurteilt wird? Ja, sie bleiben weiter vernetzt. Es ist ja auch eine Riesenenergie in dieses Projekt geflossen, die ja immer noch da ist und die auch Wirkung entfaltet. Also zum Beispiel gab es irgendwie Leute, die haben sich in Social Media über den Fall lustig gemacht, auf Facebook oder Witze gemacht oder so und ja, da reicht dann bei den Frauen ein Screenshot in die WhatsApp-Gruppe und zack, stehen da 20, 30 Frauen und kommentieren dagegen an und machen eben so ein bisschen Aktivismus für ihre Sache und das ist eine Wahnsinnsenergie und ja, die kann man, glaube ich, auch noch in andere Projekte gießen, wenn sich das ergibt. Jetzt ist erstmal das angesagt und die Webseite, die übrigens heißt Our bodies are not yours, unsere Körper nicht deiner. Auch angelehnt an den Spruch, our bodies are not your porn, unsere Körper sind nicht dein Porno, sind nicht dein Reiz, ja, also sie gehören uns. Ja, das hat eine ganz schöne Wucht und ja, wenn man sich fragt, was wollen die jetzt eigentlich von dem Täter, da hat mir die eine der Frauen gesagt, ich möchte diesen Mensch nicht wiedersehen, ich möchte auch keine Entschuldigung, ich möchte, dass keine Frau, kein Mensch das durchmachen muss, was wir hier durchmachen. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie strategisch diese Frauen vorgegangen sind und das, obwohl sie ja eine unfassbare Belastung gespürt haben die ganze Zeit oder gespürt haben müssen, ich steckte ja nicht in den Rinnen, aber ich kann es mir vorstellen zumindest ansatzweise. Vielen Dank, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast, Josa, dass du einen Einblick gegeben hast in ein so unfassbar wichtiges Thema und ja, danke, dass du da warst. Total gern, vielen Dank für die Einladung. Und danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr heute reingehört habt in unsere erste Podcast-Folge und wenn ihr mögt, dann hören wir uns am nächsten Donnerstag wieder, da kommt nämlich eine neue Folge raus. Und ihr findet unseren Podcast LVZ, unsere Story auf lvz.de, in unserer App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, macht's gut.